Ne, hab ich mal nicht drauf. Nimm mal das drauf. Ach warum? Du siehst doch schön aus. Ich mag das nicht. Ich bin da ordentlich für den ersten 8er Mittagspause, wenn nicht. Hab ich doch schon. Oh ne, oder? So, Salud-Rakete von David. David zündet mal noch eine und schauen wir uns mal an, wie die von Funke. F3 Variante, NIM 105 Gramm. Nein, F2. F2? 1.3G. Ach, 1.3G, F2 und 105 Gramm auf 6 Stück. Gut, dann zünden wir mal eine weg. So, wir können noch zwei. Wir machen noch zwei. Ist ja jetzt aber auch nicht schlimm, wenn ich euch irgendwo mal drauf hab. Nein. Bitte nicht mein Gesicht vor Mittag. Es ist ja, es ist aber nach Mittag, finde ich. Nachher, dann nach der Mittagspause. Ach, wenn man David sieht, ist das ja nicht schlimm. Also die Mütze. Geht schon, geht schon. So, David zündet auch, denke ich mal. Soll ich gleich weiter oder erst bei einer? Machen wir den Dach. Ja, wir haben drei Hände. Kleine Videos. Okay. Also ich muss mal eins sagen. Ich habe gerade zwei Stück schon gesehen und habe sie nicht gefilmt. Die haben funktioniert. Die waren auch sehr gut. Und jetzt haben wir zwei Stück vor der Kamera, die überhaupt nicht jingen und du wolltest zwei für den Abend aufheben. Eine nehmen wir noch. Aber es bringt ja nichts, wenn die heute Abend auch nicht funktionieren. Ja, es bringt ja nichts, wenn die nicht funktionieren abends. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Zwei hintereinander. Ich dachte mir, was kommt der denn? Was kommt der denn? Der Knall. Das ist die dritte. Das ist doch verarschend. Nimm die vierte, die brauchst du denn eh nicht. Also sorry. Funke, schöne Grüße an dich. Hätte ich einen Komet, Quäckling Komet genommen, hätte ich ihn auch so viel Spaß hier haben. Nee, Spaß beiseite. Ist einfach vielleicht eine scheiß Charge, aber... Ja, warte mal. Ich glaube, das liegt schon daran, dass wir das auf der Wiese zünden. Ja, na klar. Das liegt nicht daran, weil es auf der Wiese ist. Sag das mal den Herrn Funke. Mal sehen, was er dazu sagt. Wenn die jetzt funktioniert, das ist meine Theorie, besteht nicht. Wie mit meinem Whistling. Ja, ja. 50 Prozent. Also, Freunde, es liegt an der Wiese. Zündet die Raketen nie auf der Wiese. Nee, Spaß. Also, es war jetzt das halbe Set, was nicht funktioniert hat. Also, beim Preis so 15 Euro. 15 Euro. Halt. 7,50 Euro hast du gerade in die Luft geschmissen. 60 Euro. Tschüss. Tschüss. 18, accelerierсanche Country. 12, 23, 25, 25, 25,